Hallo, grüßt euch zurück zu nem neuen Part. Hähähähm. So. Ähm. Ich morg. Also das... Achma. Also das Seelen-Ding, die Bumsliefer... Also ich hab mich jetzt mal belesen. Und ich morg nochmal. Das ist mir zu doof. Ich möcht mich schon sicher fühlen. Wow. Äh. Wir brauchen... Ich hab jetzt mal gelesen, wie das ist. Und ich bin nicht begeistert davon, weil... Wir brauchen... Seelenampullen. Das ist grundsätzlich kein Thema. Wir können jetzt maximal zwölf Mobs... Mobsorten. Quasi. Genau, also Seelenampulle. Ähm. Wo ist diese Seelenampulle? Jetzt ist das natürlich verschoben hierdurch. Jetzt findet der Hersey nicht mehr, ne? Ach, machen wir's halt so. So. Da brauchen wir halt jetzt wieder Solarium. Also brauchen wir wieder... Seelen-Sand. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Dann brauchen wir wieder ein bisschen Gold. Zack. Dann machen wir uns ein bisschen... Ist ja gut. So. Erst einmal... Heil an der Welt. Zack. Damit kann ich vielleicht ein bisschen was anfangen. So. Weil wenn wir dieses Solarium haben, ne? So. Ich mach da jetzt natürlich schon mal gleich ein bisschen was. Mit nem Rechtsklick auf den Monster. Können wir jetzt... Das sollte ich vielleicht hierhin tun. Können wir jetzt ne Seele einfangen und auch Blacklisten. Das regnet. Sollte das jetzt... Sollte das jetzt überhaupt kein Problem sein. Wir müssen halt die verschiedenen... Mobs halt irgendwie versuchen zu... Achso. Wenn, dann wollte ich das so. Dann müssen wir halt die verschiedenen Mob-Arten jetzt auch irgendwie versuchen einzufangen. Und nebenbei... Ich habe nicht ZDF gemacht, ne? Man sieht's vielleicht. Das sind so viel, dass ich... Moment. Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Zwölf, fünfzehn Stück. Eins, zwei, drei, vier, fünfzehn, sieben, acht, neunzehn, elf, zwölf. Wir brauchen so eine ganze Reihe. Sechzehn. So eine ganze Reihe oder einen ganzen Block hier. Soll mehr Schnuppe sein. Nur... Oh, wusste gar nicht, dass wir sowas haben. Pulzierender Kristall. Das ist ein dynamischer Kristall. Guck. Also ich würde sagen, ich räume das da nach da unten. Räume dann die ganzen Energieleitungen in die vier Blöcke da. Die Redstone kommt hier mit her. Die Fassaden kommen... Ne, das kann man dann lassen. Ja, doch, das machen wir. Aber jetzt erst einmal... Will ich... Zack. Vielleicht finde ich noch ein paar. Ich glaube nicht. Natürlich sind keine Mobs mehr sichtbar. Ist... Ist... Okay, die Augen haben mich... Oh Gott, war das gerade. Ich glaube, ich werde Endermänner sogar rauslassen, weil die sind ja lieb. Endermänner sind lieb. Und die sind eigentlich sogar... Ja, die können wir... Ja, okay. Also pass auf. Da. Zack. Ich nehme das da. Nehme mir da ein Paketbondel. Und würde sagen, ich tue jetzt mal hier ein bisschen umstrukturieren, weil dass ich mehr Platz habe. Ja, so viel Platz habe ich jetzt auch nicht. Also das Ganze da oben, das kommt hier hin. Neh, doch. Also das kommt eins hoch. Okay. Okay, also ich weiß. Wow. Das kommt da hin. Das andere, das ich jetzt vergessen habe, das kommt jetzt hier alles irgendwie da hin. So bin ich der Meinung. Ähm. Okay. So. Das ist Redstone. Ich hätte schon gern... Das Paketbond ist natürlich jetzt... Ey, ist das schwierig. Also ich hätte Redstone, dann tun wir das Redstone. Komm, wir tun das Redstone. Wow. Achso, Redstone. Ja, Redstone ist jetzt immer noch nicht, aber... Egal. Redstone dürfte das sein. Dann dürfte das die andere Leitung sein. Okay. Jetzt habe ich ein Problem. Ich weiß nicht, was drin ist. Das ist Redstone. Oh, es reicht noch. Das mache ich, damit ich hier klarkomme. Also. Das packen wir hier hin. Okay. Dann habe ich hier noch... Zack, zack, zack. Zack. Oh mein Gott. Dass wir die auch alle ein bisschen nach Range montieren. Also, dass wir die alle ein bisschen sortiert haben. Und jetzt brauche ich nämlich den Schlüssel. Da würde ich sagen, ich verschließe die alle erstmal. Die mache ich auch. Und dann. Also, die Energieleitung, jetzt müssen wir kurz gucken. Einmal 1, 2, 3, 4, ne? Also, wenn man so durchgeht. 1, 2, 3, 4. Jetzt ist die Frage, wie wollen wir es denn haben? 1, 2, 3, 4 würde ich machen. Dann würde ich auch wieder 1, 2, 3, 4 machen. 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4. Jetzt ist die Frage. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, das ist hier. Das heißt, ich kann im Endeffekt... Das sind 40 RF. Na toll. Das sind 1,000 RF. 1,000 kommen hierhin. Das ist nicht leicht. Das ist nicht leicht. Das ist nicht leicht. Das sind jetzt dann wahrscheinlich echt viel zu viele. Ja, gut. Ich will es hier nur hier drin haben. Das ist ja was. Ähm. Dann haben wir hier unten die Energieleitung. Die ist dann... Genau. 1, 2, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na toll. So. Das ist dann Iron. Die haben wir bei 40. Die sind 50. Äh. Okay. Das ist jetzt nicht so pralle. Weil das, was auch immer da oben drin ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also es hat schon gepasst. 6 ist dann 1,000. Und 7 ist dann 2,000. 7 haben wir nicht. Also haben wir da oben 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 ist Iron. Da haben wir dann irgendwo hier Iron. Haben wir festgestellt, dass wir haben. Wo kommt denn die hin? Das ist die Ender, ne? Das ist die Ender. Die haben wir bei 50.000. Okay. Langsam. Erstmal verpacke ich die hier. Das sind die 50. Okay. Das ist genau 40. Da haben wir nämlich, genau, 20, 40, 20, 40. Genau. Dann haben wir. Was haben wir noch? Dann haben wir hier die Crystal Pink Slime und verbesserte Energieleitung. Da haben wir hier verbesserte Energieleitung. Die sind 15.000. Dann haben wir hier 7. 8. 9. 9. 7. 8. 9. 8. 9. Ach, ich weiß doch nicht. Genau. 7, 8, 9. Dann kommt die jeder. Die 50er. Dann kommt die 50er. Nach der 50er kommen die 100er. Die 100er habe ich ja gar nicht erst da. Dann kommen die 250er und dann bin ich noch nicht d'accord damit. Was ist jetzt die Pink Slime? Die kommt dann. Die 100er habe ich erst nicht. 50er hätte ich nicht. Und dann machen wir hier. Vor der 50er habe ich ja die 5000er. Die 5000er. Dann die 100er habe ich nicht. Dann die 250er. Die 250er ist es hier. Dann kommen neben der 250er die 500er. wieder an der Welt. Gar nicht so leicht. Also pass auf. Jetzt nochmal. Ich habe. Das Problem ist, die irgendwie... Ich habe mir das... Ich habe mir doch ein Bild gemacht. Ja, ich habe mir ein Bild gemacht. Also pass auf. Ich habe da oben. Da habe ich 1, 2, 3, 4. Da heißt das hier, die... Die 40 ist tatsächlich auf dem falschen Platz. Die gehört da hin. So, dann haben wir die 80er. Und die 100er. Nein, stopp. Dann haben wir die... Ich muss ja schon bei meinen Sachen gucken. Dann haben wir die... Dann haben wir die 80er. Dann haben wir die 160er. Dann haben wir die 500er. Dann haben wir die 1000er. Genau. Dann haben wir die 1000er. Dann haben wir 2000er. Dann haben wir die 5000er. Dann haben wir die... ganz da oben die hunde 15.000 die 15.000 die 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 50.000 aber die 100.000 aber jetzt weiter 50.000 dann haben wir die 500.000 dann hätten wir die 200.000 und die anderen aber das ist jetzt alles so ein sortiererei ach du liebe scheiße okay die mache ich aus klee ton ton haben wir eh so viel deswegen würde ich sagen immer ruhig eisen für reine lampenleitungen nehmen einfach das eisen okay dann würde ich sagen würde ich kurz noch mal so ein paket war dieses grillen ist ja überhaupt nicht nervig diese grillen überhaupt nicht an der welt ich möchte noch mal um sortieren und zwar hätte ich die beiden doch hier drunter hier drunter dann kommt es dann hätte ich ganz gerne dann also doch das ist das was ich will das ist hier der item quatsch stehen kann ich ganz hoch packen dann kommt es im e-stand also 12 sie kommen hierhin so um es einfach zu haben und dann noch mal weiter zu gehen da mache ich auch wieder 123 und es kommt von oben nach unten dann würde ich auch wieder sagen 12 und 31 das ist gar nicht gut jetzt muss ich die halt tauschen nur um sicher zu gehen ja damit bin ich zufrieden aber es wird zeit mal hoch zum obelisk zu gehen neben denen wenn ich meinen meinen paketband abgebaut habe ein paketband zack dann mache ich hier auch wieder escape dann mache ich jetzt zack ich bin schon wieder hungrig war nur sie erschreckt mich nicht so ich habe eine frage warum haben die jetzt alle keine lust mehr auf mich jetzt steht das ding jetzt jetzt könnte arbeiten jetzt ist hier was gespawnt irgendwo ja irgendwo mit betonung auf irgendwo hey du hallo dankeschön da war ein zombie drin endermänner habe ich ja gesagt würde ich lassen da du mich gesehen hast jetzt nicht mehr als normal die schnauze halten dankeschön so dann würde ich sagen du mir die ganz schnell hier rein dann spawnt die schon mal nicht dann haben wir hier drin wir haben keinen 12 wir haben sogar noch weniger wir haben 1 2 4 5 6 7 8 und wir haben 12 enderman und zombie knochentrocken jetzt bist du dran ihr seid so ziemlich mit die meisten mobs die auftauchen soll ja nicht unmöglich sein hey du hast du eine falsche position ausgesucht muss ich dir schon sagen also das ist echt ungünstig hey du so boing jetzt wird's gelät ganz nicht die sind alle reif kirschen cool die muss ich ja hardcore weg tun ansonsten war's das schon wieder ne ich hätte gern schon so eine art skelett gerne also da da wäre ich jetzt schon investiert ne also na gefällt es euch da oben okay gut ich würde sagen hey du warte mal den braun wir ja sogar noch da habe ich nicht dran gedacht wow ich hätte ganz gern das ist ein ungünstiger moment na toll muss ich mit denen jetzt auch noch rechnen also da haben wir jetzt zombie zombie creepy enderman also wieder freilassen ist nicht so möglich ne ach doch ey also weißt du was doing doing macht er doing doing also da drin hast du nichts zu suchen hab ich dich nicht eben gerade eingesperrt also dieses obelisken ding funktioniert ja echt hervorragend ne also muss ich ja schon sagen ne na gut dann geht kaputt nach wie vor mich würde mich würde mich würde ein skelett muss doch wirklich sein ein skelett zu kriegen erst mal machen wir hier wieder platz das brauche ich eben eh nicht und das brauche ich nicht und das brauche ich nicht und die kommen nachher die werden nachher brav und fein säuberlich einsortiert aber es gibt glaube ich keine dunkle ecke die dunkel genug ist gerade nicht auch wir sollten hier mit martin mal ein bisschen benutzen ein bisschen ja aber machen wir mal so zack habe ich kirchen eigentlich schon kirchen ja habe ich schon dann machen wir halt hier rein zack so jetzt würde ich sagen machen wir hier wieder zu ne ok dann haben wir hier zugemacht hier hat alles sauber zu sein ich schaue mal kurz nach draußen wie es da ausschaut ja schäfli du mich auch hier ist glaube ich alles safe muss ja ja oh da ist die ganze stadt aber ist das schon schön ähm lasst mich mal hier in den wald schauen ich will jetzt mit mit das hätte ich sonst nie gemacht aber ich will jetzt aktuell tatsächlich mit gewalt nicht so mit gewalt die musik sowas geht mir auf den sack naja also hier ist nix hier sind wir ziemlich fein und schön und sauber moosbambus den haben wir jetzt sogar hier nicht einfach reinlaufen her von und zu das kann gefährlich ausgehen ok lasst uns mal weiter schauen vielleicht haben wir hier glück im hause von ja herrmer glück also auf creeper habe ich zwar keine lust aber was auch immer da ist gefällt mir kann ich dich kann ich dich danke ich höre ja ich habe gerade ich habe ja ich habe ja jetzt anstatt gerade ähm 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 neterportal hier gehört auch interessant ok also da hinten scheint tatsächlich eher eine spinni zu sein ja die will ich nicht ich will ein skelett aber ich finde es in ihrem weltchen hier aber schon echt auch nicht schlecht na so muss ich sagen hier ist das skelett ich will ein skelett dann haben wir eigentlich alles oder ähm äh äh nicht die spawn ich hätte dich schon doch gern nicht die spawnen Ähm. Lasst mich hier durch. Zum Tageslicht. Ui. Ah ja, das ist ja immer ein bisschen wie... Naja. So. Dann haben wir Arbeit geleistet. Ja, ganz bestimmt. Also wir haben hier unseren Zombie, unseren Enderman, unseren Creeper, unsere Spinne. Und ein Skelett. Zombie, Skelett, Creeper, Spinne, Enderman. Ja, passt. Damit kann ich leben. Da haben wir auch einen super schönen, schnuckeligen Bereich. Es hat jetzt auch zu funktionieren. Und wenn sich irgendwas anders breit macht, weil es halt Mindspawn zu können... Ich weiß ja nicht, was es so gibt, aber es gibt ja genug. Ja, dann werde ich halt aggressiv. Dann kommt es halt mit weg. Aber jetzt werde ich glaube ich jetzt mal die Part beenden. Und bloß sie ihr... Äh... Ihre Hinterlassenschaft weg machen. Und mich fürs Zuschauen bedanken. Ich fasse es nicht, weil es scheint tatsächlich unser Monster abschreckt. Wir haben endlich mal was von der Liste abhaken können. Ich bin ja glücklich. Was ist mit den Solarpanels? Das wird noch eine kleine Kleinigkeit. Aber wenn die Solarpanels erledigt sind, machen wir ein für alle mal weiter mit dem nächsten. Das verspreche ich. Dann geht's endlich ans Eigenheim. Apropos, ich wollte noch mal gucken, welche Solarpanels... Ob die eigentlich nachladen haben... Naja, jetzt ist... Kann ich nicht gucken. Kann ich nicht gucken. Es ist... Es wird jetzt erstmal gerade Nacht. Gut. Dann bedanke ich mich fürs zu gucken. Wer meint, er findet das da... Für... Aus irgendeinem Grund... Für irgendwas... In irgendeiner Art und Weise... Äh... Ansehenswert oder... Im Auge behaltenswert. Also das, was ich hier fabriziere. Oder Geschwaffel oder was auch immer. Gerne... Ein Däumchen nach oben oder ein Däumchen nach unten. Je nachdem, ob es gefällt oder nicht. Und... Wenn's... Gefällt... Auch gerne abonnieren... Und auch gerne... Beim Abonnieren... Das... Festlegen... Auf... Da gibt's ja das mit dem Glöckchen. Also die ist jetzt vereint, ne? Da haben wir jetzt ein vereintes Glöckchen. Gerne auch dann gleich noch definieren... Äh... Dass der auch immer eine Benachrichtigung bekommt... Wenn denn ein neues Video kommt. Dass ihr jetzt auch wirklich seht... Und dass es nicht untergeht. Hä? Ups, ne Tabelle wollte ich nicht. Weg mit dir. Also... Dann bedanke ich mich fürs Uhr... Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.